Hallihallo und herzlich Willkommen zurück zu We Were Here Forever mit Misa und Jeta. Jo, moin. Ah, das ist das Vieh. Ich will, dass du das Vieh dauerhaft siehst. Jeta! Ja? Jeta! Ja! Oh mein Gott, da bist du ja... Ich hab dich so vergrößt. Ich bin da da... Ich bin da da... Ich war da gerade eben hier oben. Er stand hier oben und ist hier runter gesprungen. Okay. Will man da runter? Wir gucken einfach, was passiert. Oh, schon wieder eine Kanadisation. Das endet doch wieder böse für mich. Oh, warum? Warum? Diesmal musst du nicht aufwollen. Okay, da war. Wir werden wohl wahrscheinlich wieder getrennt. Hier geht's... Warum hat der leuchtende Augen? Warte, ich komm zu dir. Meine Seite ging nämlich nicht mehr lang. Ja. Oh. Hui. Wir müssen also nach oben. Echt? Echt? Ich muss den Treppen zu lassen. Und du musst den Eingang benutzen. Und du musst den Eingang benutzen. Uff! Führt der uns hin? Keine Ahnung. Wo bist du? Ich hab keine Ahnung. In irgendein Loch. Ich bin hier reingestiegen. Ah! Da! Oh! Nimm mir nicht hoch. Nimm mir nicht hoch. Okay, die Musik wird lauter. Oha! 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 Ich will dich! Ich auch nicht! Ich hab... Ich hab keine... Oha! Okay, das ist keine Spinne. Gott sei Dank. Öffne! Hä? Ich spiele, wo sie spielt. Ich spiele, wo sie spielt. Sehr schön. Das tut sich schon die ganze Zeit. Oh nein! Eine riesige Hand darüber. Oh! Oh! Ja! Is. Keine Ahnung! Oh nein! Oh nein! Danke, Leute, für Sie in diesem ... Staat. Ich würde es clean, aber ... ... diese Börse ... ... kann nicht werden. Nur mein König ... ... kann mich frei. Penance! Er nennt das ... Penance! Ich sage ... ... er zeigt einen Punkt. Oh ... Oh ... Oh ... ... all you see ... ... my King is ... ... und der King sees all he is ... ... und es sieht ... ... nicht ... ... ... ... Ich will doch nicht rein. Nein. 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 Da. Misa. Gitta. Wo bist du? Da bist du. Ja. Warte. Also ich kann nicht hier, bei mir ist der 1. Bei mir ist 5. Ich gehe jetzt einfach mal durch. Ich bin jetzt bei der 1 rausgekommen. Bei der 5. Hey. Das ist. Misa. Wo bist du? Okay. Ich bin jetzt bei der 2. Rausgekommen. Okay. Misa. Bei der 2 kann ich nicht weiter. Okay. Aber vielleicht müssen wir hier irgendwelche Hebel oder sowas ziehen. Okay. Misa. Das ist ja nichts. Das ist ja nichts. Ich kann mal aufräumen. Warte. Ich gehe nochmal wieder zurück. Ah. Hier warte. Bei mir ist nichts. Bei mir ist nichts. Bei mir hat sich jetzt einen Weg getan. Ich habe hier zwei Wege. Ja. Ich bin jetzt bei der 6 und drücke einen Hebel. Hier komme ich jetzt nicht mehr weiter. Warte. Ich gehe mal nach oben. Ah. Hier komme ich jetzt weiter. Oh. Ja. Warte mal. Ich habe ja noch einen zweiten Weg. Guck mal was der zweite Weg so sagt. Äh. Der zweite Weg sagt nichts. Hier ist... Hier ist nichts. Okay. Also muss ich den... Da muss ich jetzt wohl den nächsten Schritt gehen. Ja. So. Jetzt bin ich bei der 6, aber ich komme nicht weiter. Okay. Dann muss ich vielleicht wieder zurück. Die haben einen Weg da irgendwie frei zu machen. Ja. Jetzt geh wieder rein. Ja. Okay. Beziehungsweise drück den Knopf nochmal oder so. Keine Ahnung. Irgendwas anderes. Ja, drück mal. Ich habe keinen Knopf. Oh. Und so. Was hast du eben gemacht, damit ich weiterlaufen kann? Ich gehe da doch schon wieder hin. Achso. Okay. Hast du was getan? Nein. Oh, meiner hängt irgendwie. Mehr kann ich nicht machen. Meine steckt fest. Was? Ich habe hier auch keinen anderen Hebel. Ah. Okay. Warte. 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 Ich kann jetzt durch die drei. Was machen die Hebel? Oh. Okay. Jetzt stecke ich auf der Etage hier fest. Andi, warte. 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 Ich kann jetzt durch die drei. Die komme ich aber nicht weiter. Okay. Ich habe aber auch nichts zum drücken hier. Ja. Ich bin jetzt bei der acht hier oben. Ja. Ich gehe jetzt mal durch die acht. So. Ah, okay. Jetzt bist du unten. Ja. Aber hier ist nichts. Okay. Ich empfehle. Ich habe hier auch nichts mehr zum drücken. Aber ich kann auch den Hebel hier nicht mehr drücken. Oder doch. Okay. Warte. Ich gehe nochmal wieder zurück. Achso. Jetzt kann ich hier nicht mehr hoch. Warte. Jetzt habe ich hier einen neuen Hebel. Okay, warte mal, ich muss meinen grünen Hebel wieder machen Ja Damit ich Zur 8 wieder hoch kann So Dann gehe ich durch die 8 Und jetzt Ja, drück mal den Hebel Okay, drück den nochmal So, drück den jetzt nochmal Ne, geht nicht mehr Also es geht nur, wenn ich da nicht drauf stehe Ah, warte, ich kann hier noch einen grünen Hebel jetzt drücken Warte, warte Dann muss ich wieder zurück Ich dachte, ich müsste jetzt irgendwas drücken So, dann drück jetzt mal den grünen Hebel Und jetzt den gelben Warte, gelben steht sogar drauf Genau, jetzt Jetzt kann ich nämlich weiter rennen, genau Bis zu 7 Dann bist du aber fast schon ganz um Bis zu 7, genau Ich kann eben nichts machen Also muss ich jetzt rein Und Entweder musst du gelben, genau So Zack, 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 zack Ich drück den gelben nochmal Also hier tut sich nichts Ich bin jetzt in einer Sackkasse Und wenn ich drauf stehe Kannst du den gelben jetzt drücken Nee Gut, das heißt, ich bin falsch Hast du irgendwo eine blauen? Wo hast du da bei dir einen blauen? Aber einen blauen sehe ich bei mir nicht Wo habe ich einen blauen? Ich habe jetzt nochmal den Grunen gemacht Nicht, was sei denn blauen Du bist es auch nicht irgendwie zu Denn kommst du irgendwie zur 4 hin? Ich sehe die Zahlen nicht von mir Ähm, renn runter Ich drück mal den Knopf Der Brunsch den Grunen wieder Warte Warte, warte, warte Okay So, jetzt den Knopf drücken Ja, ich müsste aber eigentlich Nee Ich komme nur zu 3 Oh, okay Das ist dann auch irgendwie nicht richtig Hm Aber du kommst unten zur 8 hin Die 8 führt dahin Da kommst du auch nicht weiter Da kommst du nur weiter Da kommst du zu 6 Der 6 hat den Grün Ja, warte Na, nicht laufen Ich guck gerade noch Ich bin jetzt bei der 8 Aber du kommst da nirgendwo an den blauen ran Es sei denn du kommst irgendwie in die 9 rein Aber dafür müsstest du zu 6 hin kommen Ne, von der 6 aus kommst du da glaube ich auch gar nicht hin Ich weiß ja noch nicht mal wo die 6 ist Oh Oh Entschuldige Mach nochmal zurück Ne, guck, komm, wo die 6 ist Brück jetzt mal den nochmal Ach so, ja stimmt Ich komme ja dann hier nicht weg Ne Ach scheiße Du müsstest eigentlich bei der 8 bist du rein Warte mal eben Bei der 8 möchtest du bleiben Da könntest du bei der 6 raus Da könntest du den Grün hochstellen Könntest du den 9 hinkommen Also machen wir jetzt nochmal Genau Mach das nochmal so Jetzt laufe ich ja unten hin zu 8 Ja genau So Ach könntest du durchkommen So Ich bin jetzt durch die 8 Warte, warte, warte Dann kann ich dir jetzt den Weg freischalten zu der 6 So Ja Ich bin jetzt bei der 6 Ach nee, da kommst du gar nicht weiter Ähm Das ist jetzt scheiße Aber da hättest du auf jeden Fall die Möglichkeit Mich weiter hochzuführen Ich hab hier jetzt einen Grünschalter Ja Warte mal, wenn ich die jetzt mache Okay, dann passiert nichts mehr Ich brauch eigentlich den orangenen Schalter Aber du hast doch gar keinen Orange Na Ich hab hier Ich hab hier Die ist blau Kannst du nochmal grün drücken Warte Ah Okay Warte mal Warte mal Drück deinen Grünschalter nochmal Okay Gehe jetzt nochmal durch die 6 durch Ja Dann bist du ja drüben bei der 8 Da kannst du ja Ja Laufen Warte, warte, warte Ich muss ja mal einfach das drehen bei mir Nee, warte, den hab ich ja hier die Schalter auf Warte Müsste es eigentlich irgendwie jetzt bei der 7 gleich hinkommen Warte Warte Alles gut Äh Warum geht denn hier die 8 überhaupt hin Ja Du müsstest denn noch einmal durch die 8 durchlaufen Ja Einmal wieder zurück Und da unten stehen bleiben Okay Ich glaub das müsste dann gleich klappen Jetzt bist du bei der 9, siehst du Ja Und jetzt Rainer Und jetzt kannst du mich den blauen kippen Und den blauen, genau So So Jetzt könntest du Ah Okay Ich sehe das Problem Aber ich komme jetzt ja nicht weiter Jetzt müsste ich eigentlich weiter nach oben Aber ich komme nicht nach oben, weil ich kein Orange habe Hab ich orange gehabt Ich kann dir erst helfen, wenn ich den blauen kriege Oder wenn ich weiter nach oben kommen könnte Aber ich weiß wie Aber ich weiß wie Drück mal deinen Orangen da Ja So Jetzt komme ich aber nicht weiter Oder kann ich das irgendwo 4 machen Nichts Ach das Brauche ich aber wieder den grünen Äh Warte mal Jetzt brauche ich wieder den grünen Oh mein Gott Du bleibst einfach drüben erst noch bei der 9 Ja Ja Ich bin hier erst mal Ich gucke dir das schön zu So Jetzt kommt du bei der 3 wieder raus Aber eigentlich müsste ich ja irgendwo bei der Äh Ne Das ist ja die andere 3 Warte mal Das ist ja die andere 3 Dann komme ich da ja nur wieder runter Oder Äh Du kommst nicht hoch solange du nicht den blauen drücken kannst Aber ich habe beim Lied glaube ich gar keinen blauen Griff ne Doch du hast einen blauen Griff Da kriegst du wenn du durch die 4 gehst Ja wie komme ich denn zu der 4 hin Ja warte mal eben ich guck gerade Mhm Da da Jetzt auch hoch Dann könnte ich dich ja weiter hoch gehen lassen Das heißt du müsstest eigentlich den Orangen Ich müsste den Orangen drücken Genau Genau du müsstest da hoch Dann auf der Platte bleiben Und ich müsste Orangen drücken Weil da wo du Was Geh nochmal ein runter Ein runter Eine Treppe runter So wenn du da stehen bleibst Ich muss mal eben was gucken Dann komme ich ja nur zu der 3 Oder? Dann geht der hin und runter Ich glaube ich muss erstmal Ich muss Na Ja Bleib da Guck doch nur So Ich könnte dich da hinkriegen Wenn ich jetzt Oh war ja klar Oh zu Ich dann nicht Okay Leute Oh nie weg Wir werden es auf jeden Fall weiter versuchen Bis demnächst Ciao Tschüss